haben wir das zu verdanken, Sven Mislintat, der hat diesen Kader zusammengestellt und dessen Vertrag läuft 2021 aus und wir alle warten mehr oder weniger auf die Meldung Mislintat 2023 wenn man dem Glauben schenken soll, was man so zwischen den Zeilen in diversen Interviews lesen kann, dann deutet ja vieles darauf hin, dass man sich eigentlich so gut wie einig ist und jetzt nur noch Kleinigkeiten geklärt werden müssen wir haben ja jetzt auch schon mehrfach im Podcast darüber gesprochen es gibt ja gefühlt fast jeden Tag eine neue Aussage von Mislintat zu dieser ganzen Nummer, auch dazu haben wir schon mal was gesagt, ob das immer so sein muss, mal sehen, ob das nicht vielleicht dann doch noch andere Gründe hat jetzt gab es wieder ein Interview von Sven Mislintat bei Sky und zwar vor dem Dortmund-Spiel da sagte er, der VfB ist mein Ansprechpartner, ich bin mit allem was ich habe hier wenn es jetzt durch den Aufsichtsrat geht, bin ich guter Dinge dass ich dass ich nicht mehr jede Woche diese Fragen beantworten muss, da geht es natürlich um die Frage wann verlängert er, bis wann verlängert er etc. pp. und da kann man natürlich jetzt schon auch die Frage aufwerfen, ob Sven Mislintat nicht hier jetzt wissentlich den Druck auf den Aufsichtsrat erhöht und ich möchte gar nicht irgendwie ja, für das Gefühl aufkommen lassen, dass ich der Meinung bin dass Sven Mislintat sich hier irgendwie, weiß ich nicht ein Duell mit dem Aufsichtsrat liefert oder so ich stelle mir halt wirklich die ganze Zeit nur die Frage warum muss das alles so öffentlich diskutiert werden ich verstehe es halt einfach nicht also sowas muss man doch nicht thematisieren groß bei einem Sky-Interview vor allem beim Sky-Interview ja, ist schon ein bisschen schräg vor allen Dingen, wenn man dann halt unseren Vorstandsvorsitzenden Thomas Hitzesberger einen Tag später hört bei Sky 90 der dann auch sagt ich lese mal kurz vor ich hoffe, dass wir das zeitnah vermelden können also die Vertragsverlängerung wir werden weiter so zusammenarbeiten jetzt müssen wir das nur noch verschriftlichen wie wir weiter so zusammenarbeiten können Sven macht es einem nicht leicht er wird das gleich über mich auch sagen er ist ein sehr guter Verhandler er ist hartnäckig er weiß, was er will aber auch Thomas Hitzberger sagte eigentlich in dem Interview also er und Mislintat sind sich einig und die beiden haben jetzt zusammen den Ball in die Hälfte des Aufsichtsrats gekickt und die müssen jetzt halt nur noch kurz dann Haken dran machen ist das Ding halt durch also ja ich glaube da ist schon so ein bisschen Taktik dabei weil vor allen Dingen auch Sven Mislintat natürlich weiß mit jedem sportlichen Erfolg verbessert sich seine Verhandlungsposition und dass jetzt Hitz und Mislintat weiter miteinander zusammenarbeiten möchten ist offensichtlich und die beiden scheinen jetzt irgendwie ja einen Konsens gefunden zu haben und den nach oben gereicht zu haben und jetzt muss man mal wirklich abwarten was der Aufsichtsrat macht aber klar der hat natürlich sehr sehr viel Druck weil jetzt nach dem 5-1 in Dortmund zu sagen oh nee lass mal wird schwierig also spannende Angelegenheit ja das Ding ist halt man hört ja schon immer mal wieder durch wenn man so ein paar Quellen anzapft dass jetzt wirklich nicht alle sagen ja Mislintat das müssen wir unbedingt machen da geht es aber glaube ich weniger darum dass man ihm irgendwie die Kompetenz abspricht beziehungsweise sein Talent für das Scouting von jungen Spielern sondern da geht es dann halt auch darum dass sich auch Sven Mislintat wohl hier und da der aktuellen Situation des VfB unterordnen muss was konkret dann vielleicht auch mit finanziellen Themen zu tun hat auch wenn das hier immer so dargestellt wird als hätte man sich da komplett geeinigt also ich glaube nicht dass der komplette Aufsichtsrat sich einig darüber ist was Sven Mislintat für eine Vertragsverlängerung ja wie das vergütet werden soll also da gibt es glaube ich schon unterschiedliche Ansichten und vielleicht auch zu Recht da fehlen uns dann die Einblicke dazu also das sind natürlich immer wieder Sachen die man nur hört und ich weiß da gibt es wieder ja muss er konkret werden und was weiß ich ja geht halt nicht immer also es ist nicht so dass bei uns Leute anrufen und uns erzählen können wie da der aktuelle Stand ist aber man hört halt immer mal wieder ja klar ist ein guter Mann aber es sind halt keine einfachen Zeiten für den Verein aktuell genau und ich meine auch wir feiern Vertragsverlängerung mit Nikolaus González und Borna Sosa aber wenn man dann mal einen großen Schritt zurück geht und aufs große Ganze blickt dann blickt man halt auch auf eine Videobotschaft von Thomas Hilzensberger der sagt naja eventuell ja müssen wir halt Leute entlassen und ja klar auf der einen Seite werden Leute also er hat es nicht explizit gesagt aber er hat gesagt wenn es sich nicht ändert dann wird es personelle Maßnahmen geben also ja da müssen vermutlich Leute dann in der Mercedesstraße ihren Schreibtisch ausräumen und nach Hause gehen und sich einen neuen Job suchen und auf der anderen Seite werden halt neue langfristige Verträge gemacht die sicherlich besser vergütet sind als die bisherigen Verträge und ja wenn man das halt so von weiter weg betrachtet ist das natürlich ein Konflikt und wenn jemand sagt hm okay also du willst mehr Geld ist angemessen aber aktuell ist das halt einfach schwierig dann kann man das auch verstehen also insofern sehe ich schon den Zwiespalt in dem sich da viele befinden ja und ich habe auch in den sozialen Medien nicht nur einmal gelesen dass Leute sagen ja hier auf auf der einen Seite wird mit Nico González etc. pp. verlängert ist auch richtig man muss diese Spieler halten man muss vor allem dafür sorgen dass man die maximale Ablöse erzielen kann mit diesen Spielern weil das ist ja klar die werden halt den VfB verlassen für hoffentlich viel Geld und somit auch Löcher stopfen auf der anderen Seite heult der EV rum dass man sich nicht mal eine zweite Mitgliederversammlung im September leisten kann und bittet darum dass man das Ganze verschiebt und da reden wir halt von einer knappen halben Million die so eine Mitgliederversammlung kostet es sind natürlich zwei unterschiedliche Paar Schuhe ist schon klar das eine ist der EV das andere ist die AG und ich verstehe schon dass es da Unterschiede gibt aber ich glaube dass es in der öffentlichen Wahrnehmung manchmal schwer zu vermitteln also gerade was du gesagt hast zum einen Mitarbeiter sollen vielleicht entlassen werden sind in Kurzarbeit auf der anderen Seite werden Spieler verpflichtet beziehungsweise werden Verträge verlängert also es ist ein schweres Thema und nur damit da kein kein falscher Eindruck entsteht ich möchte dass Sven Missenthal verlängert für mich gibt es eigentlich es gibt für mich noch nicht mal einen Plan B also der hat einfach abgeliefert hier in seinen ersten zwei Jahren und man darf ja nicht vergessen wenn man es jetzt nur aufgrund irgendwie zu hoher Gehaltsforderungen scheitern lassen würde damit meine ich auch nicht dass man es komplett absurd werden lassen darf also utopisch sollten diese Forderungen nicht sein aber sollte man ja zum Beispiel sagen nee das ist einfach zu viel da läufst du ja Gefahr dass du jemand anders erstmal suchen musst ja der unter Umständen dann auch nicht direkt funktioniert und du dann wieder in diese Spirale gerätst die wir ja die letzten zehn Jahre leidvoll miterleben mussten jetzt hast du jemanden der eindeutig nachgewiesen hat dass es funktioniert dass es funktioniert was er tut und dass sein Plan funktioniert der vor allen Dingen einen klaren Plan vorgibt und den vorlebt du hast einen Sportvorstand der das Ganze mitträgt du hast einen Trainer der das Vertrauen genießt da gibt es gefühlt gibt es zwischen den dreien und noch Rüth also zwischen den vieren da passt kein Blatt dazwischen und das ist fast mehr wert aus meiner Sicht als dann vielleicht die bittere Pille die man schlucken muss wenn es darum geht ein bisschen mehr zu bezahlen als man vielleicht kalkuliert hat also da soll kein falscher Eindruck entstehen aber ich finde es halt interessant dass das teilweise in der Öffentlichkeit diskutiert wird was hier mit Sven Mislintat in Zukunft passieren soll ja vielleicht ist es auch die neue Art und Weise wie man hier beim VfB kommuniziert ist ja auch nicht so schlecht aber was du gesagt hast man darf halt auf gar keinen Fall unterschätzen dass sich jetzt beim VfB vier Leute gefunden haben die gut miteinander zusammenarbeiten können weil ich glaube du kannst vermutlich den besten Sportdirektor der Welt holen aber wenn der halt keine Rückendeckung von seinem Vorgesetzten bekommt dann kann er halt nicht seine beste Leistung bringen und aktuell scheint es ja wirklich und es ist lange her dass das so war beim VfB so zu sein dass sich dann gleich drei oder vier Leute getroffen haben die gut miteinander zusammenarbeiten können und das auch wollen also das ist glaube ich das letzte Mal passiert dann mit vielleicht Hannes Wolf und Schindelmeiser und jetzt haben wir wirklich irgendwie wieder so eine Gruppe die ja miteinander kann und auch miteinander will und das ist glaube ich ja kann man nicht überbewerten weil das ganz ganz wichtig ist und wenn sich dann natürlich der sportliche Erfolg noch einstellt und man sieht hey das funktioniert auch noch dann ist es natürlich umso wichtiger ja das irgendwie langfristig zu fixieren aber natürlich wie du sagst da dürfen natürlich die Forderungen auch jetzt nicht irgendwie völlig völlig aus der Welt sein also da muss man dann schon natürlich auch ja die aktuellen Umstände berücksichtigen und im Hinterkopf behalten ja dass Mitarbeiter in Kurzarbeit sind und ja also schwierig im Jahr 2020 aber ja mit Missing Tat verlängern genau bitte Thomas Hitzisberger wurde bei Sky90 du hast es ja gerade eben schon angesprochen da war er zu Gast am Sonntagvormittag war das glaube ich auch noch auf seinen auslaufenden Vertrag angesprochen seiner läuft ja glaube ich bis 2022 bis Sommer 2022 als Sportvorstand und da hat er auch mehr oder weniger direkt gesagt ihr braucht euch keine Sorgen machen ja ich fühle mich hier pudelwohl und ich habe auch noch eine Menge vor und ja das hat eine Menge